Um Rage bringen. Und das muss man natürlich auch vermeiden. Also wenn der Adrenalinspiegel steigt, steigt, steigt und steigt und steigt und steigt, dann hast du von dem Prinzip auch nichts. Das hat die, denke ich mal, auch gut beobachtet. Genau, das hängt ja bitte vom Pferd ab. Es gibt Pferde, die kommen dann nach einer Weile runter und sagen, na gut. Ja, intelligente Pferde, wie die Sharifa, denke ich mal. Ja, ich drücke Pferde. Gerte. Vor allen Dingen hat die gute Emma leise mit ihr gesprochen. Es war gar nichts, was sie aufregen musste. Zum Schluss hat sie gesagt, ach nee, wüsste, jetzt gehe ich doch lieber. Wie heißt dieses Pferd? Ladak. Ladak, wie die indische Region. L-A-D-A-K-H. Ach du liebe Zeit, wie die Ladak Pferde. Kommt die da her? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Gar nichts, wie kommt man auf den Namen? Ich kannte noch nicht mal die Provinz. Ja. Wir haben, das Pferd kam zu uns und dann irgendwann kam ein Reitschüler zu uns. Der hatte eine neue Freundin kennengelernt und die neue Freundin hatte eine Reitwoche in Ladak gebucht. Ach so, ja, das macht natürlich Sinn. Reiten lernen, weil er mit seiner neuen Freundin mitreiten wollte. Ja, ja. Und dadurch... Der ist... Also der ist manchmal auch zweimal gekommen, die Woche sogar. Und der hat manchmal dreimal. Also der hat wirklich, auf Teufel komm raus, reiten lernen wollen. Prima. Und hat das aber auch hingekriegt. Der ist dann mit seiner Freundin da. Das sind, weiß ich nicht, zehn Tage oder elf Tage. Da waren das eben dann Reiten in Ladak. Tja, das... Das würde ich auch gerne machen, sowas. Aber ich glaube, ich würde nach... Es gibt nur andere Gegenden. Ja, also ich würde nicht nach Indien zum Reiten fahren. Das ist dort Nepal, da an der Grenze zu Nepal. Ach so, das ist natürlich... Oh, das muss traumhaft sein. Die indische Seite, das ist ja die indische Provinz. Und wenn die dann da diese Malawari-Pferde haben, die sind ja auch spitzenmäßig... Ja, das sind aber in Ladak, das ist so eine eigene Rasse. Das ist eine eigene Rasse. Aber so ein bisschen ähneln. Ah ja. Also so kleine Pferde. Eigentlich ist Artak schon zu groß. Ja, würde ich sagen. Also was so ein Malawari... Ja, fein! Gut. Gut. Ja, das kann ich ja nochmal aufnehmen.